hallo grüßt euch herzlich willkommen auf meinem kanal zu einer neuen map vorstellung für transport weaver 2 ich freue mich sehr dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich sehr dass der zhd mal wieder eine richtig schöne karte für uns gebastelt hat mal was anderes nennt sich inselwelt ist eine kleine karte im seitenverhältnis 1 zu 2 und ist natürlich wie alle seine karten im steam workshop erschienen und er hat geschrieben könnte so eine könnte so eine landschaft von inseln seien so vorgelagert an der deutschen küste ist aber rein fiktiv das ganze und ja wie gesagt ist mal was anderes aber es hat trotzdem seinen touch mit den feldern hier überall ich finde man erkennt seine handschrift trotzdem wo wir hier gefühlt zwei drittel der karte nur wasser haben aber trotzdem sehr sehr schön und ja das ganze fängt hier vorne an mit als feld ich glaube das ist dann auch gleichzeitig die größte stadt der karte trostberg aue tätero sind noch größer fängt hier vorne an dann haben wir hier eine brücke rüber nach lenzen und nach aue und dann haben wir keine weitere verbindung aber man kann sich hier natürlich definitiv mit brücken oder auch tunnel natürlich behelfen und insel hopping betreiben einmal hier rüber dann nach twistering danach tale hier ist dann die brücke auch schon vorhanden finde ich hatte auch schön angelegt damit dieser landzunge und dann einmal hierüber nach kopenheim und dann können wir hier weiter nach brake auf die insel dann nach tätero wächter und nach waldmünchen und hier würde ich dann auch sagen sind vielleicht ja die abstände ein bisschen groß um da brücken zu bauen aber hier rüber kann man dann natürlich auch mit schiffen fahren oder halt auch ein tunnel wenn wir jetzt hier mal gucken und hier einfach eine brücke bauen ich glaube nicht dass das gut aussehen wird einmal hier die verbindung rüber wartet mal könnte einfach mal testen mal schauen ein bisschen höher bauen damit da auch schiffe drunter durchfahren könnte ich denke na gut jetzt haben wir nicht genug geld warum was so ja man kann es machen wie gesagt ist natürlich in der höhe jetzt definitiv ein bisschen niedrig wenn wir hier dann ein stürmchen haben also ist natürlich nicht transport über zwei möglich aber so braucht ja keiner eine brücke selbst die florida keys sie sind ja erhöht wenn da mal sturm ist dass man daraus ja noch drüber fahren kann auf der höhe ja ist natürlich gerade mehr eine brücke ich glaube wellengang braucht er nicht sehr hoch sein da ist das ganze schon überspült auf den inseln verteilt haben wir auch industrien auch auf denen die unbewohnt sind hier haben wir zum beispiel öl dreimal hier in der ecke ist dann noch friedrichstadt hier in trofsberg und kornwestheim hier haben wir dann holz und ein sägewerk dann aber hier drüben hier haben wir dann noch eine warenfabrik hier ein stahlwerk und den stahl der stahlwerk können wir dann mit schiffen beliefern von hier das eisen und von hier die kohle ölbohrinsel machen sich hier natürlich auch gut gibt es ja im steam workshop habe ich auch schon vorgestellt kann man wunderbar hier natürlich auch verteilen wenn man da bock drauf hat und er hat auch geschrieben dass die karte sehr gut dafür ausgelegt ist für die neue hubschrauber mod von guten huge dragon auch die habe ich schon vorgestellt gibt es auch im steam workshop und auf transportfever.net wenn ihr die noch nicht kennt einfach mal vom kanal schauen nach dem video da findet ihr dann in der video beschreibung auch den link zu der mod ja eine feine kleine karte ganz ehrlich ich bin jetzt nicht der fan von so inselwelten aber ich weiß dass da bei euch definitiv auch welche gibt diese karten geben die das gerne spielen die auch gerne asiatische karten spielen die ja meist ja dann ausgelegt sind als inselwelten und die karte an sich ist dann natürlich wunderbar dann auch im europäischen bereich angesiedelt wenn ihr da mal bock drauf hat gutensberg ist auch dabei ist bei mir um die ecke in kassel sehr sehr cool und ja mehr gibt es nicht zu zeigen glaube ich der rest spricht für sich selbst lieben dank noch mal an den guten zhd der fleißig fleißig ist seine rhein mein karte die er gebaut hat die ist leider verloren gegangen hat er geschrieben deswegen jetzt erstmal als zwischen zwischen geschoben das projekt jetzt diese inselwelt aber macht das ganze nicht schlechter schöne karte ich bedanke mich für zuschauen wie gesagt link ist in der video beschreibung lasst dem guten zhd auf jeden fall einen daumen nach oben da wenn euch die karte gefällt einen netten kommentar und wenn euch die karte richtig gut gefällt dann auch ein steam preis wenn ihr ein paar punkte übrig habt da freut er sich und ist dann noch motivierter was neues zu bauen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut und ciao ciao